Guten Morgen, Klasse! Guten Morgen, Frau Meier! Unser heutiges Unterricht geht um unser Umwelt. Wie wichtig ist unser Umwelt? Ist es richtig? Ja, Juli? Wir kennen die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder und die Kinder und die Kinder. Das ist sehr wichtig, aber wir können ja sagen, die Nachteile von Umweltverschmutzung. Ja, Gisela? Ja, Gisela und Wassermann aus Putere-Mächsenschule. Viel Spaß! Ich liebe meine Uwe. Ich mag meine Uwe, weil sie da richtig ist. Vielleicht können die Kinder, die viele Bäume pflanzen? Ja, ich will natürlich, weil sie, die Bäume pflanzen. Ja, ich will natürlich, weil sie, die Bäume pflanzen bringen. Aber ich möchte, mehr Bäume zu fällen und viel Geld zu verdienen. Toll! Wir müssen, Herr Wasser, ihr seid der schlechte Abfall. Wir müssen unsere Uwe schützen, aber wir müssen uns sie. Ja, aber ich möchte heiß werden. Mensch, mich auch. Ich muss viel Geld zu haben. Aber unser Uwe ist mehr wichtig. Ja, mehr wichtig als Geld. Wir haben keine Wälder, wir sind alle befallen. Wir müssen bei den Poster und Poster. Wir haben kein Geld zu essen und Wasser zu zücken. Bitte, wir müssen diese auch üben. Mensch, Herr Müll, sie sind alle wichtig. Ich bin für Uwe schützen, aber nicht für Umweltverschmutzung. Mensch, ich bin für Uwe schützen, für unser frisches Leben haben, wie schönes Umwelt. Mich auch. Ich bin nicht gegen Uwe schützen, aber dafür. Uwe schützen für alle. Schüttel Luft, schüttel Wasser, schüttel Tüten. Ja! Ja!